Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Plays. Wir machen heute einen Empfindlichkeits-1-1. Ihr seht es schon gegen wen? Gegen Mark. Genau, da steht ja iMark, die steht da ja. Und ja Leute, wir werden jetzt nach jedem Kill, es gibt es 15 Kills, die Empfindlichkeit, wir fangen von 1 an und 1 nach oben stellen. Das heißt, es ist unsere erste Runde heute, wir werden jetzt so schlecht spielen, wie es noch nie ein Mensch zuvor getan hat. Aber es macht ja nichts. So ist es. So ist es. So ist es auf sehr gering. So, ja ich habe auch auf sehr gering. Das wird sehr viel Aids. Oh Gott, das wird echt schlimm. Ich freue mich schon, Alter, die ersten Schritte jetzt zu laufen, Mann. Ja, ich habe echt Angst. Oh Gott! Nein, Gaps! Nein! Man kommt gar nicht so schnell hinterher, Alter. Okay, ich muss eins hochstellen jetzt. Ja. Und währenddessen muss ich nicht töten. Oh! 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 Warte, ich muss es hochstellen. Das ist so behindert. Das macht halt irgendwie Spaß, weil es behindert ist. Oh! Oh, er gibt mir den Hater! Also, 3, 3. Ja, 3 fühlt sich schon so einigermaßen human an. Ich glaube, ich spiele online auch teilweise mit 3, also. Deswegen ist, wenn du erstmal drauf bist, dann machst du den Kill auch. Ja, ja, weil das Auto eben, das lässt sich nicht wieder wegziehen. Ist so. Was? Okay. Scheiße, wenn du gleich bei deiner Normalempfindigkeit bist, habe ich einen Nachteil kurz. Bin ich ja jetzt. Was? Das will ich sehen. Du hast so ein Aim wie so ein Bot erst. Du ziehst so richtig komisch drauf und dann holst du mich einfach. Bin halt ein Bot. Alter, jetzt habe ich dir in den Kopf geballert. So. 4, 4. Ja, 4 müsste sich jetzt schon einigermaßen gut anfühlen für den uneingespielten, Marcel. Ja, 4 hat sich gut angefühlt. Das sind aber nicht schlecht. Hier ist so, dass ich online spiele einfach. Ja, jetzt kommt meine 5er, meine normale, die ich online spiele. Wahrscheinlich verärm ich jetzt auf... Fuck. Hast du mich erst nicht gesehen, oder was? Ja, ich war kurz irritiert von der Statue. Hä, ist irgendwie ein Bug. Man muss nicht nachladen oder so, wenn man das... Ui! Oh, endlich aus der Kampfzone. Oh Gott. Ja, weil du lädst irgendwie nach in der Minute drin. Weil du drückst automatisch. Ja, genau, genau. Du drückst sofort nachladen, ja. Ja, auf 7 wird es schon ein bisschen eklig. Aber 7 geht noch einigermaßen. Ich bin jetzt auf 6 und... Oder spiele ich auf 6? Ne, ich spiele auf 7 gerade, ne? Ja, auf 7. Oh, ich habe Angst. Ich habe vorhin den kaputten, toten Fuß geschossen. Der hat... Der hat ohne Schwitz... Ohne Witz, der hat einen Burst. Ohne Schwitz? Ja, ohne Schwitz geht bei uns nicht. Ne, das stimmt. Ui! Ui! Aber ich finde es gut, dass wir das wollen wir uns hier durchziehen und nicht hier einen auf... Nicht-Challenge machen, weil das wäre jetzt voll behindert. Es gibt ja jetzt eigentlich nicht... Also man kann hier eigentlich nicht auf so'n... Den richtigen Sieg spielen, weil es sowieso völliger Zufall ist. Vor allem, wenn wir beide auf 14 sind, dann ist es sowieso nur noch behindert. Fuck. Es kommt übrigens immer zu diesem Moment, wo beide auf 14 sind. Echt? Ja, stimmt. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Kill mit 14 machst gegen einen mit 7 oder so. Im Übrigen Leute, ich habe sehr wenig One-Ons bis jetzt gespielt in Black Ops 3. Wie sieht es bei euch aus? Müssen wir in die Kommentare schreiben. Ja. Glaube ich habe... Wir haben... Alter! Wir haben 2 gemacht oder so? Du hast mich gerade echt gewonnen, weißt du... Und so. Tja. Alter, 11 ist schon. Aber 11 fühlt sich... Hat sich im Black Ops 2... Oh Gott! Ne, ist das schon eklig. Oh Gott! Aber... Uhuhuu! Ich komme gerade von der Schule komplett uneingespielt und wir machen hier... Ich bin gerade aufgestanden, also beruhigt dich. Das zählt nicht. Ach, das zählt nicht, oder was? Ja, okay. Ja, aber in dem Aufstehen hast du deine Hände sozusagen schon ein bisschen entwickelt. Wie Pokémon. Wie Pokémon. Ja. Fuck, Alter. 13? Okay, 13 ist... Alter, sie ist jetzt schon auf 9. Ey, zig für mich. Mann, ich komme auf so eine... Auf seiner Ohrenempindlichkeit nicht klar. Ich bin jetzt auf der Höchsten. Ja, ich bewege meinen Daumen, ist nur noch ganz marginal, Nohomo. Oh Gott. Das war auch ein One-Bus, oder? So... One and a half. Oh! Ey! Was? Digga, die Empindlichkeit ist so eklig, Mann! Warte! Ich werde meinen Daumen so anwinkeln jetzt. Wie so ein Kran, der so auf dem Stück sitzt. Okay, einen Kill noch. Wie so ein Kran. Ich packe es nicht. Oh Gott. Nein! Digga, ich bin einfach aus der Garage rückwärts rausgeflogen, weil ich nicht sterben wollte. Digga, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wusstest du es echt nicht? Ich war... Nein, Mann. Ich dachte, du bist unten. Ich war mir so sicher. Oh! 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 Wirklich sehr, sehr nett von euch. Und dann würde ich noch sagen, haut rein, abonniert den Mark. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!